Ich bin Lydia Perner, von drüben. Ja, das gibt's jetzt nicht. Seit wann seid ihr im Kontakt? Seit ein paar Monaten. Die Lydia war halt noch bei mir. Sie hat eine Anzeige gemacht. Wegen Vergewaltigung. Gegen die Christian. Deine Schwester ist krank. Sie bringt unser Leben durcheinander. Warum? Warum kommst du hierher und machst alles kaputt? Sie endlich einen Schlussstrich unter das, was war.